Wirklich ein Win noch bis zu den 1k Was ist er denn? Er ist Low, ich denke das ist ASU Guck mal wie sie sich beide fühlen, der hat noch sauber wollen Geheime Geh weg da er da Die haben kein Brett kassiert Wo waren die denn? Oben oder was? Achtung kommt noch einer, ich komme runter zu dir Eins von beiden, oh Alter Premium Hol das Schild, gönn dir Ich würde hier in Mainz Hä? Nein, was klettert? Ich glaube er ist auch geklettert, hier dich Ich komme zurück, warte, bleib da Oh Gott, mein Meteor ist einer Bin da Ah Ah Nein So homo Wartung da Wartung da Kurz zum runterkommen Ein bisschen zum Vielleicht ein bisschen Spaß zu haben Und nicht nur komplett abgefuckt zu werden Einer Daunt digger Nur Headshots in sein Gesicht Junge, wirklich Ich bin unten Ich bin unten Ich bin unten Hast du Baits? Ich bin unten They're the ones Ich bin unten Du bist Ich bin unten Ich bin unten Ich bin unten Das war's für heute. ich bin ein abfucker wirklich geht mal alle heim alter ist jetzt so krise mit rotem schild ohne bet nein danke achte ok scheiße ja ok danke wie jetzt sind die nicht mehr da achte gar nicht mehr für experten warum wir sind im papst schild doch mal mal sehen henry der eine hat nur blue der korsak bengalow hat purple glaube ich vielleicht hat es irgendwie von da ein bisschen was geben seid so räudig wie die spielen im papst mann was ist denn das für ein film mit denen kostet 142 aufgaben hier musst du hochklettern aber ist bisschen kacke die aehmt da direkt ab die bang sind da unten aber warte mal ich gehe von hier unten vom fenster 100 bengalow korsak one ok das war es komplett mit ihm ich glaube wieder ganz oben oder ok nice ich glaube die sind hier irgendwo die richtung auf jeden fall aber ich weiß nicht wo genau da unten ein ist echt low können wir mit dem scheiß ding mitgehen eigentlich oder wir lassen sich weiß nicht wer weiß wo die sitzen digger da sind der paket da sind sie hat leider gar nichts für range also flady ist jetzt nicht so die beste range woche hoffen dass die keine craver haben du kannst one shot sein von craver pass auf ich weiß auch gar nicht wo der andere ist ich weiß auch gar nicht wo der andere ist beide dahinter echt oh ne der eine ist da vorne direkt den kann ich vielleicht auch zu move der ist zu worden alter hol dir den der ist zu worden und der ist absolut zu worden der heiliert sich da auch der heiliert sich da auch hab ihn nein aber doch der andere hat nicht one geschossen der hat void ich muss ein bisschen aufpassen eigentlich aber egal ist crack war der schon bei mir? fuck das den null gehört der andere hat safe was der andere hat safe was ich muss die runde hochladen ich muss die runde hochladen ich muss die runde hochladen weil ich äh 1000 star path einer bin 1000 Apex Wins 1000 Apex Wins in der da sind ist das ist ja ich muss die runde hochladen um das zu erbringen Vielen Dank.